Okay, wir haben es alle mitbekommen. Der neue Barbie-Film ist zurück und ich denke spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Aldo die neue Kollektion gedroppt hat, nämlich die Barbie-Kollektion, sollte es eigentlich jeder mitbekommen haben. Zumindest habe ich so von mitbekommen. In diesem Zimmer haben wir 35 Grad und ich muss den Ventilator nebenbei laufen lassen, ansonsten sterbe ich. Es könnte sein, dass man das ein bisschen hören kann. Mir fällt gerade auf, dass ich heute unbeabsichtigt rosa zu diesem Thema anhabe. Irgendwie macht mir der Trend ein bisschen Angst und ich frage mich, ob wir uns zurückentwickeln. Aber bevor wir näher darauf eingehen, würde ich euch sehr gerne meinen Langzeit-Kooperationspartner Oclean vorstellen, denn als ex-zahnmedizinische Fachangestellte liegt mir eure Zahngesundheit besonders am Herzen. Es geht um die Oclean X Pro Elite Zahnbürste, die ich euch schon, ich weiß nicht wie oft in die Kamera gehalten habe, es ist immer die gleiche. Diesmal kommt sie aber mit einer Box, die ich mega abfeiere. Ihr habt es schon gesehen, wenn ihr mich länger verfolgt, ihr wisst, ich habe euch diese Zahnbürste schon sehr oft vorgestellt. Und ich bin nach wie vor ein großer Fan. Ich verwende diese Zahnbürste bis heute noch. Seitdem ich das erste Mal nach der Kooperation von Oakley gefragt worden bin, habe ich diese hier verwendet. Ich glaube, das muss vor drei Jahren gewesen sein, 2020 ungefähr. Wer von euch noch mit der Handzahnbürste putzt, macht euch das Leben nicht unnötig schwer. Ihr habt heute die Möglichkeit, auf sowas hier umzusteigen. Ich sage nicht, dass man mit einer Handzahnbürste nicht gut putzen kann, aber ihr müsst halt schon die Putztechnik drauf haben. Und es ist einfach einfacher, mit einer elektrischen Zahnbürste zu putzen. Euch werden sofortige Putzergebnisse angezeigt, weil die Oakley Zahnbürste einen Smart Screen hat. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Ultrascharnzahnbürste sehr leise ist. Sie verspricht, dass sie den Geräuschepegel so bei knapp 45 Dezibel hält. Sie erreicht 84.000 Bewegungen pro Minute. Unter anderem verfügt die Oakley X Pro auch über vier Reinigungsmodier. Es gibt Clean, Sensitive, Massage und Whitening. Es gibt 32 Intensitätsstufen, sodass ich auswählen kann, welche Intensität mir passt. Ich hasse Ultrascharnzahnbürsten, die du ständig aufladen musst und dieses Ladekabel ständig bei dir halten musst. Natürlich, wenn du hier zwei Monate weg sein solltest, nimm dein Ladekabel mit. Aber ansonsten kannst du es einmal aufladen und dann hast du theoretisch 3,5 Stunden Batteriezeit. Ich habe sogar gesehen, dass die Oakley X Pro Elite den Deutschland Favorite Award gewonnen hat. Wenn ihr mit einer Handzahnbürste putzt und am Überlegen seid, ob ihr euch so eine elektrische holt, glaubt mir, macht es. Ihr werdet wirklich merken, es vereinfacht das Leben. Ich verarsche euch nicht. Schaut bitte in die Infobox. Ich lasse euch den Link zu Oakley X Pro Elite da. Dann könnt ihr euch das selber gerne anschauen und dann nochmal die genaueren Infos durchlesen. Ich kann sie sehr empfehlen und das sage ich nicht nur, weil es eine Kooperation ist, sondern weil ich diese Zahnbürste wirklich liebe und ich sie seitdem nur noch benutze. Kommen wir zurück zum Thema. Ich denke, jeder, der sich an seine Kindheit zurückerinnert, da gehört einfach eine Barbie mit rein. Das gehört einfach zur Kindheitserinnerung. Auch wenn du keine besessen hast, vielleicht hast du irgendwann mal eine in deiner Kindheit gesehen. Früher gab es noch die ganz klassische Barbie, richtig schön schlank. Alles hat irgendwie proportional perfekt zueinander gepasst, die Hautfarbe weiß. Mittlerweile gibt es die Barbie in verschiedenen Hauttönen und in verschiedenen Shapes. Ich würde schon sagen, dass sich über die Jahre der Barbie Trend zu einem sehr bedeutenden kulturellen Phänomen entwickelt hat. Das kann man daran erkennen, weil die Barbie in Werbung, in sozialen Medien und in der allgemeinen Mediendarstellung zu sehen ist. Dieser weit verbreitete Trend, Barbie-Core, so nennt man das, was ich jetzt auch neu gelernt habe, verkörpert nun Akzeptanz und irgendwie von Barbie inspirierender Ästhetik, Mode und irgendwelche Lifestyle-Entscheidungen. Wo die Barbie schon immer einen Einfluss auf die Mode und Popkultur hatte, merkt man doch jetzt schon, dadurch, dass der Film neu verfilmt worden ist, dass Barbie noch mehr an Popularität zunimmt. Du kannst auf jeden Fall auf Social Media sehen, Barbie ist voll im Trend. Ich finde, auf TikTok verbreitet sich sowas sehr schnell. Und ich frage mich dann schon, okay, mit welchen Herausforderungen oder welcher Auswirkung hat das wieder auf Frauen? An der Stelle werdet ihr jetzt so noch mein Voice-Over hören. Es ist einfach zu heiß in diesem Raum, wirklich. Ich kriege einen Hitzekollaps. Ich muss ins Wohnzimmer, wo ich meine fette Klimaanlage erstmal anschmeißen kann. Es ist hier wirklich scheiße heiß. Ich schwitze mir einen ab. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich bin richtig nass. Ich kann so nicht normal drehen. Das ist so angenehm. Ich sitze jetzt gemütlich in meinem klimatisierten Wohnzimmer und ich genieße es. Also, machen wir weiter. Der Aufstieg von Barbie-Core in Werbung und sozialen Medien. Es ist nicht zu leugnen, dass Barbie-Core die Mode- und Schönheitsbranche stark beeinflusst hat. Man hat schon oft Design an der Vergangenheit gesehen und Marken, die sich von Barbie inspirierende Elemente in ihre Kollektion integrieren lassen haben. Social Media, wie zum Beispiel Instagram und TikTok, haben diesen Trend, ehrlich gesagt, noch größer gemacht. Viele Influencer erstellen Content, wo sie halt ihre Outfit zeigen, Barbie Make-up zeigen, irgendwelche Barbie-Ästhetiken präsentieren. Ich denke schon, dass der Barbie-Trend eine Art Plattform bietet, wo jeder sich selbst darstellen kann und selbst bestimmen kann. Eben wird es ermöglichen, seine eigene und irgendwie auch einzigartige Interpretation von Weiblichkeit und Schönheit anzunehmen. Man merkt, dass der Trend mittlerweile zu etwas geworden ist, wo Einzelpersonen auch die Möglichkeit haben, herkömmliche Schönheitsstandards herauszufordern. Sie zeigen unterschiedliche Körpertypen, Hauttöne und Stile, die man halt akzeptieren sollte. Für Einzelpersonen ist der Barbie-Trend schon zu so einer Art Möglichkeit geworden, herkömmliche Schönheitsstandards herauszufordern. Der Einfluss von Barbie-Core hat sich auch auf Film und Fernsehen ausgeweitet, weil immer zu erkennen ist, dass die Charaktere, die Barbie spielen, immer mit dem Trend verbundene Ästhetik und den Lebensstil der Barbie verkörpern. Filme wie zum Beispiel Barbie, das Leben im Traumhaus oder Barbie und die Magie des Pegasus. Diese Filme haben so an Bekanntheit dazu gewonnen und so eine große Fangemeinde erreicht. Was positiv zu erwähnen ist, ist, dass bei der Darstellung von Barbie-Core in den Medien mehr Exklusivität, auch Körperpositivität und Selbstakzeptanz fördern kann, weil unterschiedliche Charaktere präsentiert werden und der Zuschauer dadurch ermutigt wird, ihre Einzigartigkeit anzunehmen, anstatt sie abzulehnen. Es kann auch junge Mädchen und Jungen dazu inspirieren, dass sie ihrer Leidenschaft nachgehen, wenn sie große Träume haben und sie auch gesellschaftliche Normen irgendwie herausfordern. Das ist ganz bekannt bei der Barbie, was ich in einigen Filmen gesehen habe und ja, ich habe sie mir sehr gerne in der Vergangenheit angeguckt. Ich wünschte, es wäre alles so positiv, aber bei diesem Barbie-Trend kann es leider auch zu Herausforderungen kommen. Ich finde, bei Barbie-Core erkennt man nach wie vor, dass Stereotypen weiterhin verstärkt werden und Schönheitsstandards bleiben weiterhin unrealistisch. Schauen wir uns einfach die Barbies an, die es mittlerweile im Verkauf gibt. Die sehen trotzdem alle perfekt aus. Aus wie vor werden traditionelle Geschlechterrollen bei der Barbie gestärkt. Barbie-Puppe wird seit langem wegen ihrer übertriebenen Proportion stark kritisiert. Obwohl ich vorhin gesagt habe, dass der Trend ja jeden selbstbestimmt sich ausdrücken lässt, kann er, denke ich, auch dazu führen, dass Menschen sich unbeabsichtigt, ich würde eher sagen unbewusst dazu gezwungen fühlen, sich eben dieser bestimmten Ästhetik anzupassen, dieser Barbie-Ästhetik. Dadurch denke ich, dass Einzelpersonen stark eingeschränkt werden, sich authentisch auszudrücken. Kommerzialisierung und Konsum. Okay, fast alles wird kommerzialisiert. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, das ist jetzt kein Geheimnis. Aber ich finde, bei der Barbie ist das schon wirklich ein extremes Beispiel, weil die Kommerzialisierung des Barbie-Trends auf jeden Fall Anlass zur Besorgnis gibt. Und Barbie-Corp verkörpert einen bestimmten Lebensstil und das kann halt bei Einzelpersonen auch wiederum dazu führen, dass sie übermäßig viel ausgeben. Ich denke schon, dass junge Mädchen gerade für sowas sehr, sehr anfällig sind. Der Lebensstil, der durch Barbie verkörpert wird. Diese übermäßige Ausgaben, die gezeigt werden, damit man einen gewissen Status halten kann. Was sind die Auswirkungen auf das Körperbild und die psychische Gesundheit? Natürlich kann ich diese Frage nicht beantworten, weil ich kein Psychologe oder ein Psychiater bin. Aber ich würde einfach nur aus meiner Perspektive gerne was dazugeben. Die Zuschauer, die die Barbie- oder Barbie-Filme extrem abfeiern, da sehe ich ehrlich gesagt die Gefahr. Denn dieses Erscheinungsbild, was die Barbie nach außen hin gibt, kann sich negativ auf das Körperbild einzelner Personen auswirken. Nach wie vor hält die Barbie unrealistische Schönheitsstandards. Okay, auch wenn sie sich über die Jahre verändert hat und sie jetzt in allen Hauttönen und Shapes gibt, trotzdem, wenn man sich einzelne Puppen anguckt, man sieht immer noch, dass die Schönheitsstandards unrealistisch sind. Kann bei einzelnen Personen zu geringem Selbstwertgefühl führen, Unzufriedenheit mit dem Körper und auch psychischen Problemen. Ich liebe neue Trends und ich bin immer super offen für neue Trends. Ich denke trotzdem, dass mit jedem Trend sollten wir uns fragen, okay, welche Auswirkung könnte das auf mich haben oder vielleicht auf die Gesellschaft haben. Deswegen ist es einfach wichtig, wachsam zu bleiben. Ich denke, dass kritische Diskussionen wirklich wichtig sind, um eben sicherzustellen, dass der Barbie-Trend nicht zu toxisch wird. Ihr könnt mir sehr gerne eure Gedanken dazu da lassen, Freunde. Ich freue mich sehr und wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Hoffentlich ist es dann nicht so heiß. Ciao!